Deine Vergangenheit, was du durchgemacht hast, ist so ähnlich, wie ich sie durchgemacht habe. Ich glaube, ich mag dich. Was, wenn ich mich tatsächlich in sie verknalle? Du hast Bock auf eine wilde Nacht? Was ist, wenn ich dir sage, dass ich ein Geisterhaus hier in der Nähe kenne? Statt eines Horrorfilms könnten wir uns sowas auch in echt anschauen. Folgendermaßen. Sie nennen ihn Rod Creep. Dieses Mädchen, Mann. Dieses Mädchen ist der Wahnsinn. Jetzt bist du qualifiziert für die Geistertour. Einmal... Hilfe! Jan ist seinen Hunger gestillt. Lass uns raus, bitte! Offenbar ist Rod Creep an das Haus gebunden, solange es ihm Futter gibt. Was der Hölle war das? Ich glaube nicht, dass es einfach für mich ist. Das ist das Haus meiner Kindheit. Bitte! 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 Stop! 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 WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH